Was macht der Simon? Der inszeniert heutzutage Also wie, bei euch, bei euch doch nicht Aber er, weil er denkt Die Karte und die Tür, ich will nach dem rechten ziehen Ich hab die Sitz immer so gut Bleibt doch Sitz einfach mal Da darf man auch nicht mehr dann machen Einfach da sitzen Aber an die ersten Runde, du darfst doch da nicht zu machen Soweit Christoffen ist schon Weil du kannst ja nicht, du kannst ja nicht einfach überspringen Das wird, dann wird dir das zu machen Du kannst ja nichts sagen Du kannst ja entweder mischen oder kloppen Das geht ja nur zu machen Das ist Gott dem Stadl StadlTV Sag mal, du bist der Stadl Stadl wird's auf den Stadl Stadl wird's auf den Stadl So, willkommen zu StadlTV Na, heute haben wir ein interessantes Kampfspiel StadlTV StadlTV